Musik Moin, was geht ab ihr Lümmel? herzlich willkommen zu einer weiteren folge von batman arkham city ja ich spar mir mal die zusammenfassung wir befinden uns inzwischen im endgame und haben jetzt gerade schon wieder einen richtig schweren kampf vor uns weil das schon wieder sau viele gegner sind und die auch teilweise so nervig sind deswegen würde ich sagen ohne umschweife rein in den bums ja Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Hast du das gesehen? Er hat sie alle ausgeschaltet. Das ist zwecklos, Dark Knight. Das unvermeidliche lässt sich nicht schlucken. Ich werde es Feuer und Schwefel auf diese Füge regnen lassen. Das war's. Von hier oben kamen wir glaube ich, ne? Ja, ja, von da oben kamen wir. Hier kann man nicht durch. Hier kann man noch durch. Die kann ich nicht rein? Okay. Interessant. Was hab ich jetzt davon? Ja. 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 Ach. Mein Gott. Ey, 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 ey. Okay. 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 Wir probieren einfach was. We'll be here. Okay. 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 Müssen wir vielleicht da runter? Warte mal, wir haben doch hier diese, genau das. Ich kann nicht noch eine Granate benutzen, das Eis unter mir würde zu instabil werden. Ja und wie soll ich die Kacke jetzt kriegen, du Brain? Nein, halt nicht, egal. Ah, okay. Nix? Ey, jetzt no shit? Ist das lame, alter. Ja, da durch die Tür bestimmt nicht. Aber wo kann ich nicht? Was soll ich denn hier? Ja. Ja. Ey, kannst halt nur ganz wunder. Okay, wait a minute. Ssshhh. Sigh. Ich bin gerade so ein bisschen überfragt. So, wait a minute. Da oben waren wir ja. Da unten war das Teil. Kann man das eigentlich abgeschießen? Okay, noch ein Versuch. Cool. Dann muss hier von Mauer zu Mauer sein. Okay, Leute, ich bin lost. Pass auf, wir gehen jetzt doch mal hier hin. Das muss ja irgendeinen Sinn haben, dass wir hier hin können. Aha. So. Aha, hier geht's doch auch weiter. Du bist das. Ich sagte, ich würde zurückkommen. Hat ganz schön gedauert. Zuerst herrschte völliges Chaos. Dann kamen Jokers Männer her und haben ein Lager errichtet. Ich hab mich versteckt, so wie du's gesagt hattest, aber... Was ist passiert? Da waren Wachen. Du weißt schon, die Typen, die für Strange arbeiten. Sie kamen her und haben angefangen, jeden umzubringen. Es war ein Blutbad. Anscheinend versucht Strange, seine Spuren zu verwischen. Sie scheinen sich gut zu verstecken, Doktor. Weiter so. Bleiben Sie hier. Ich kümmere mich um die Wachen im Raum. Yay! Acht Stück. Ja, Gesundheit, Alter. Hab was. Das war der Letzte. Daran ist gesichert. Tiger 43 an Turm. Der Raum ist gesichert. Alle neun Insats wurden neutralisiert. Turm zu sichern. Sehr gut. Protokoll 10 macht große Erwachsenen. Die Zielversorgung ist über uns. Während wir uns der letzten Phase von Protokoll 10 nähern, möchte ich die Zeit nutzen, allen Tiger-Einheiten für ihre wundervollen Leistungen zu danken. Die Bildschirme vor mir zeigen an, dass wir uns zügig einer Sterblichkeitsrate von 22% annähern. Meinen Berechnungen zufolge werden chemische Insassen von Arkham City innerhalb der nächsten drei Stunden sterben. Dann tritt Protokoll 10 in Phase 2 Lieferung. Zum Ende des Monats werden in Keystone und Metropolis neue Lager nach dem Muster von Arkham City entstehen. Wir alle können stolz auf das sein, was wir geleistet haben. Wir bieten die Lösungen, die diese Welt braucht. Wir sind die Zukunft. Ziel verloren. Verfolge Ziel. Die Zielversorgung ist über uns. Ich ahnte, dass ich Ihnen überlegen bin, Wayne. Muss ich jetzt noch mal mit der Alten reden? Du bist das. Ich sag, was ist das? Das war der Letzte. Bereich gesichert. Tiger 43 am Turm. Der Raum ist gesichert. Alle neuen Insassen wurden neutralisiert. Sehr gut. Protokoll 10 macht große Fortschritte. Während wir uns der letzten Phase von Protokoll 10 nähern, möchte ich die Zeit nutzen, allen Tiger-Einheiten für ihre wundervollen Leistungen zu danken. Die Bildschirme vor mir zeigen an, dass wir uns zügig einer Sterblichkeitsrate von 22% annähern. Meinen Berechnungen zufolge werden sämtliche Insassen von Arkham City innerhalb der nächsten drei Stunden sterben. Dann tritt Protokoll 10 in Phase 2 rüber. Zum Ende des Monats werden in Keystone Metropolis neue Lager nach dem Muster von Arkham City entstehen. Wir alle können stolz auf das sein, was wir geleistet haben. Wir bieten die Lösungen, die diese Welt braucht. Wir sind die Zukunft. Wechsel auf Wärmebild. Sprengladung scharf. Aussichtspunkt gesichert. Keine Stur von Zielpersonen. Zielperson weiter verschwunden. Wechsel auf Wärmebild. Ich bin diese nächtige Fledermaus. totien. Aussichtspunkt gesichert. Die Kielperson ist über uns. Wechsel auf der Fertil. Verwundeter, an meiner Position. Zielperson verkundet. Enttäuscht mich nicht. Ihr seid besser als er. Denkt daran. Zielperson bewegt sich da, Lass. Drücken vor, um zu sichern. Die Zielperson ist über uns. Verfolge Ziel. Die Zielperson ist über uns. Hä? Hä? Kontakt! Gegner ist auf Gerät gefunden! Er lässt euch alle wie Kleinkinder ausheben! Zielperson, verschwunden! Verwundeter, bei meiner Position! Monate des Trainings und ihr schafft es nicht, Batman zu besiegen! Das ist inakzeptabel! Das hört echt zu, ihr Lutscher! So, wie kann ich das Ding denn auch machen? Hallo? Oh! 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 Ich lauf aber auch original noch rein, wie so ein Dulli, äh! Warte mal, kann das sein, dass ich das Ding vielleicht trotzdem nochmal hacken muss? Ich muss halt original trotzdem nochmal hacken! Liebsurald? Oh! Liebscher! Ja, geh doch einfach von alleine zu, Alter! Soll ich jetzt nochmal ein Passwort knacken, oder was? Oh mein Gott! Das soll wohl aber noch einmal. Die Karte veröffentlichen sich nicht aufhalten! Ich habe gewonnen! In好吧! Oh, das zieht jetzt nicht auf den Weg! Ich hab auch gewonnen! also leute gut dass wir untertitel an haben sonst würde man jetzt genau da absolut nix verstehen nächste halt beobachtungsplattform sobald die tür aufgeht töten wir jeden im aufzug es könnte einer von uns sein nein die zentrale sagt es ist batman geladen und entsichert macht die tür auf so Arkham City ist zu ihrer Grabstätte geworden. Das war so ein schlichter Try einfach irgendwann. Okay, was da jetzt schiefgelaufen ist, würde ich auch mal gerne wissen. Sobald die Tür auf geht, töten wir jeden im Aufzug. Es könnte einer von uns sein. Nein, die Zentrale sagt, es ist Batman. Cool, geladen und entsichert. Mach die Tür auf. Feuer! sie haben seine erwartungen also nicht erfüllen können lächerlich ist das bitte nächste halt beobachtungsplattform sobald die tür aufgeht töten wir jeden im aufzug es könnte einer von uns sein nein die zentrale sagt es ist batman cool geladen und entsichert macht die tür auf so Ich ahnte, dass ich Ihnen überlegen bin, Wayne. Ich ahnte, dass ich Ihnen überlegen bin. 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 Wir machen die Folge, es ist schon wieder rum. Wir sehen uns bei der nächsten Folge und dann geht es weiter mit Protokoll 10. Bis dahin, haut rein. Tschüss. Ich ahnte, dass ich Ihnen überlegen bin. Ich ahnte, dass ich Ihnen überlegen bin.